Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße dich zum nächsten Film der Staffel Sehnsucht 2022. Heute machen Hagen vom Kanal Underwaterworld Shark und ich unseren zweiten Tauchgang an unserem zweiten gemeinsamen Tauchtag. Wir sind weiterhin am Baggersee Gießen. Wenn du wissen willst, was wir bei diesem Tauchgang so alles gesehen haben, dann bleib dran. Wir starten unseren Tauchgang um 11.30 Uhr. Nach wenigen Minuten haben wir einen kleinen Hecht vor unseren Linsen. rồi. An manchen Stellen ist der See, so wie ihr, so wie hier, richtig trüb und an manchen Stellen ist der See, so wie hier, richtig schön klar. Die See, so wie hier, richtig, 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 richtig. So wie hier, richtig, 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 richtig Untertitelung des ZDF, 2020 Nach 40 schönen Minuten mit vielen Fischen drehen wir und machen uns auf den Rückweg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und kurz vor Schluss nochmal ein kleiner Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020